Wir sind die EVB Everbase AG. Wir sind ein junges Unternehmen aus der Hamburger HafenCity und wir sind auf dem Wege, unseren Markteintritt zu planen mit einer File-Server-Software. Was bei uns eben der große Vorteil ist, dass wir im Vergleich von Mitbewerbern eben den Firmen die Chance geben, ihre Daten auf ihren eigenen Servern zu speichern und trotzdem aber von unterwegs auch auf diese Daten zugreifen zu können, sie mit Kunden teilen zu können und auch permanent synchronisieren.